Immer häufiger wird im Zusammenhang mit Trauerfeiern ausdrücklich darum gebeten, von Trauerkleidung abzusehen. Diese Bitte ist vollkommen legitim. Du hast ein bisschen Übung darin bekommen. Du hast gerade gegen das Mikro bekommen. Oh, okay. Hast du noch mal ganz kurz? Ein paar Sätze von mir zum Thema. Viel zu lang und bla. Ich erzähle nochmal. Genau. Ja, ich muss... Gerade von Trauer betroffen ist... Okay. Georg und ich. Ich muss ja noch Fakt 3 sagen, habe ich vergessen. Entschuldigung. Im arabischen Raum zum Beispiel ist die Trauerkleidung weiß. Woher kommt das? Das kommt daher, dass die... Jetzt habe ich mich vermasselt. Manchmal entdecken wir... Ach nee, jetzt ist es falsch. Manchmal gibt es eine Berufung, von denen wir nichts ahnen. So rum ist es erst... Ich habe Kuchen... Ich weiß, ob ich so ein Fatsch stand, aber es hat sich so... Wenn du Kuchen möchtest... Wenn du gucken möchtest. Vielleicht kann ich was anderes... Gut, dann... Ich versuche mich... Jetzt habe ich den Text vergessen. Was? Soll ich das Heft nochmal holen? Bitte. Ja. Ja, ja, ja. Power. Powerfeier. Ja, hoffentlich komme ich gleich mal über den zweiten Satz auch hinaus. Ach, scheiße. Was ist denn da los? Ja, keine Ahnung. Wenn du in deinem Trauerfeld... In deinem Trauerfeld, ja, du... Das heißt, du kannst dort auch... Okay. Diesen... Zeit ist echt verfol... Okay. Ich habe Schiss vor meine eigene Courage. Ich muss nochmal... Welches... Welcher von den Fakten? Welcher? Der Fakt? Das Fakt? Der Fakt? Ist es mir wichtig, auch zu... Blah, vergiss. Nimm den ersten Dreh und fertig. Wie geht's? Wie geht's? Na, ach man, ich bin... Willst du nochmal deine Notizen sehen? Komm an, und wo soll ich da einfach hingucken? Darum? Spricht am Ende des Lebens. Dann gibt es keine Schweize... Sch***. Das ist keine Schweiz. Dann gibt es keine Schweiz. Schweize... Schweize Chance. Okay. Um dein Tier. Du hast ja wohl einen Vogel. Das geht ja wohl nicht, ne? Das... Das war jetzt... Das war jetzt was für die Outtakes. Super. Das ist schon... Oder Sch***. Oder Sch***. Du sortiert bist mit den... Jetzt lachst du. Mit den Angehörigen treffen. Blah. Gut, machen wir da nochmal einen Cut. Das können wir, glaube ich, neu ans... Ja. Ich glaube, mehr habe ich erst mal gar nicht für den ersten Teil. del Study. Ich dog nicht für den Angehörigen. So einfach... es geht ja auch. Und die Mutter ist nur glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020